Apfel, Birne, Apfel-Johannesbär, Apfel-Himbeer und viele andere Geschmacksrichtungen ersetzen in der MMS-Kresten mittlerweile Cola und Fanta. Für das Projekt Durstlöscher haben die Schülerinnen und Schüler selbst Initiative ergriffen. Also ich bin Schülersprecherin und da ist heute der Wunsch für regionale Produkte und auch mit Glasflaschen vielfach im Schülerparlament gekommen ist und da haben wir das dann halt umgesetzt. Und warum ist euch das so wichtig? Also wir wollen, dass unsere Schule sehr umweltbewusst ist und dass wir wenig Müll produzieren. Auch Direktorin Manuela Schritt-Wieser teilt die Anliegen ihrer Schülerinnen und Schüler. Sie ist froh über das gesündere Getränkeangebot an ihrer Schule. Ja, es ist uns natürlich sehr wichtig, auch das Thema Nachhaltigkeit und wir haben ja dieses Projekt schon vor einigen Jahren geplant. Leider hat uns das Coronavirus ein bisschen aufgehalten, aber jetzt sind wir natürlich dran und die Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse haben das sehr verantwortungsvoll betreut. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Zeichen für die Zukunft, dass die Regionalität in der Schule auch Eintritt erlangt. Doch die Schüler hatten nicht nur die Idee für das Projekt, sie haben dieses auch selbstständig umgesetzt. Also wir haben eigentlich alles selber gemacht. Wir geben die Bestellungen auf, wir haben den Kühlschrank organisiert, wir haben die Kasten da gebaut und alles. Dass die Schüler alles selbst gemacht und gebaut haben und da beim Team Verantwortung übernommen haben, freut die Rektorin Schritt-Wieser besonders. Ja, das ist natürlich immer fein, wenn von den Schülerinnen und Schülern selbst etwas kommt. Das ist auch das Ziel der Schule, dass man sagt, wir bilden aus, damit sie dann selber in die Verantwortung gehen. Und da ist man natürlich stolz und darf man auch stolz darauf sein. Aber ich freue mich natürlich am meisten für die Schüler. Durch den Einsatz der Schüler stammen die Getränke im Kühlschrank nun allesamt von regionalen Zulieferern. Einer dieser ist der Betrieb Hechals Bio-Spezialitäten. Hier wird besonders auf die Regionalität und die Bio-Qualität geachtet. Ganz wichtig, natürlich Regionalität wird überall gelebt jetzt. Und das unterstützen wir sehr. Und da wollen wir natürlich schauen, dass die Jugend zu wirklich regionalen Produkten kommt. Also die Äpfel und Birnen, die wir da im Ostviertel haben, und die werden dann veredelt zu wirklich guten Säften. Die Regionalität wird auch dem zweiten Zulieferer, dem Bio-Hof Steg, der Familie Aigner, großgeschrieben. Wir sind ja oft darauf, dass wir unsere regionalen Produkte da verwenden. Das heißt, Apfel und Birnen, das ist ganz typisch für uns im Ostviertel. Und das ist auch die Basis für unsere Mischgetränke. Und das wird eben mit anderen Komponenten dann noch gemischt, dass wir andere Farbe erhalten mit Holunder oder mit Himbeere, weil das bei den Kindern immer gut ankommt. Aber die Basis sind immer unsere Öpfe und Birnen da aus dem Ostviertel. Die Schüler sind mit dem Ergebnis ihres Projekts auf alle Fälle zufrieden. Sie sind vom neuen Getränkeangebot überzeugt. Ich glaube, dass bei so regionalen Sachen einfach weniger Zucker drin ist und auch viel geschwindiger ist als bei Cola, Fanta oder irgend so. Natürlich zählt aber auch der Geschmack der Durstlöscher. Und auch der scheint zu stimmen. Ja, auf jeden Fall. Es kämen wir uns sehr gut an und uns selber schmecken es auch.